So, so, Strom- und Gasabitter wechseln wollen sie, damit die Rechnung niedriger wird. Ein viel zu aufwendig. Darum habe ich mir den da gekauft. Der geht nämlich mit Batterien. Spare dir den Schwarzkopf. Jetzt auf Durchblicker über 100 Strom- und Gastarife vergleichen und direkt online wechseln. Durchblicker machen es einfach.